So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. This War of Mine, The Little One. So, wir spielen weiter natürlich und wie gesagt, wir werden den Tag jetzt beenden. Zack, zack. So, verlassenes Haus, eine Menge Waffen, okay. So, Wache stehen, lündern, Wache stehen. So, und wir werden, glaube ich, unseren ersten Mord machen. In der zerstörten Villa. Äh, vorbereiten bitte. Wir nehmen zwei Dietrichen mit. Ein Messer nehmen wir mit. Ich glaube, das Brecheisen können wir lassen. Das Messer ist ganz, ganz wichtig. Und ja, gehen wir es an. Ich glaube, wir werden jetzt unseren ersten Mord machen. So, lad, komm, wir sind alle gespannt drauf. Zack, zack. Oder auch nicht. Was haben wir da draußen eigentlich? Da habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Auf jeden Fall Teile. Die nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Wir hören. Die Tür geht auf, die Tür geht zu. So, wir gehen einmal auf, also wir versuchen jetzt natürlich nicht zu morden. So, da ist was für euch zum Lesen. Das ist ein Liebesbrief. Der Eigentümer von der Villa, was? Hatte anscheinend eine Schwäche für eine Frau, die sie, was? Die ihre Wunden verarzt. Zumindest konnte er etwas Trost finden. Da bin ich glücklich drüber. Da rausgehen können wir nicht. So, da ist auch keiner. Mach mal die Tür auf. So, da können wir stehen. Das ist auch gut. Alles mitnehmen. Da können wir auch stehen. Da oben ist überhaupt der Mann drinnen. Der liegt da, glaube ich, im Bett. Na, wie geht denn das, dass du... Geh rauf. Na, wir sollten uns so schnell wie möglich verpissen, oder? Wieso machst du das nicht? Lauf, 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 lauf. Also, das mit den Kämpfen verstehe ich jetzt nicht. Normalerweise interagiert man mit X. Er hat aber nicht wirklich zugestochen. Er hat einmal zugestochen. Das war alles. Wurscht, wir haben ein paar Materialien, das passt. Wir müssen den Mako jetzt da auf jeden Fall einmal ausruhen lassen. Das heißt, er wird jetzt einmal wegfallen. Ist auch komisch, dass die mich irgendwie gehört hat. Aber wir haben noch den Pavel, mit dem wir auch nochmal gehen können. So, erstes Blut. Die Trophäe haben wir jetzt erhalten. So, Tag 7. So, Alter. Tut mir leid. Ja, ja, ja. Das scheint sehr ernst zu sein. Okay, so. Schwer verletzt, hungrig. Traurig und müde. Okay, ich gehe schon wieder falsch. Meine Güte, dass ich mir das nicht merke. So, rauf mit dir. So, das war's jetzt eigentlich ziemlich gut ist. Wir stellen ihn einmal ganz rauf. Und wir lassen einmal die anderen mit ihm reden. Ich hoffe halt, dass ich den Typen nicht verliere. So, leg dich da mal her. So, du gehst rauf. Eigentlich sollte das jetzt gehen. Moment. Ja, das geht sogar. Ober ihn, seht ihr das? So, da hast du mal Bandagen. Die zwei reden jetzt nämlich miteinander. Marco, du blutest. Lass mich deine Wunden versorgen. Was zum Essen kriegst du natürlich auch. Du solltest wirklich was essen. Ja, auf jeden Fall, Marco. So. Leg dich wieder hin. Du bleibst jetzt einmal da schön brav im Bett liegen. Ich hätte mal gedacht, dass wir den Kampf gewinnen. Aber ja, was soll's. Dann kann ja nichts tun dagegen. So, wie man sieht, da ist was drinnen. Es ist wieder jemand an der Tür, okay. So, wir geben natürlich gleich wieder was rein. Eins gehen wir rein. Eins ist Gewinn. Das ist gut. So, schauen wir da ganz kurz. Messer können wir nicht herstellen. Schaufel können wir herstellen. Brecheisen. Das ist mir eigentlich auch wurscht. So, ein Herd. Ja, nicht wirklich irgendetwas. Das könnte man vielleicht verwenden. Will ich aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht machen. Du gehst schlafen. So, Pavel, du stehst auf und gehst mal zu der Tür. Ah, die Kinder schon wieder. So, was wollt's denn? So, hallo nochmal. Danke. Unsere Mama geht's besser. Sie ist aber noch schwach. Und wir haben nichts zu essen mehr übrig. Wir sind sehr hungrig. Können Sie uns bitte etwas essen geben? Na, die zwei Konserven habe ich leider Gottes jetzt da rausgehauen. Kann die nicht helfen? Oder vielleicht später? Dann machen wir mal vielleicht später. Okay, sie haben nicht Nein gesagt. Das ist schon mal gut. Eigentlich sind wir wieder fertig. Die zwei schlafen. Pavel brauche ich zum Plündern. Marco bleibt im Bett. Herstellen kann ich nichts. Wir lassen den Tag vergehen. Wir kommen gleich in die Nacht. So, im Bett schlafen. Du stehst wache. Du gehst plündern. Und zwar, wir gehen nochmal in die zerstörte Villa. Eine große... Na, was ich jetzt brauche, sind eigentlich Lebensmittel. Eine Menge Lebensmittel, aber Vorsicht ist geboten. Bombardierte Schule, etwas Lebensmittel, eine Menge Teile, eine Menge Medikamente. Das ist auch wichtig. Wir nehmen zwei Dietrich mit. Und auch wenn es nicht klappt hat, vielleicht funktioniert es mit Pavel. Wir nehmen jetzt nochmal noch einmal ein Messer mit. Wir können zwar nicht so viel tragen wie mit Marco, aber was soll's. Besser als nichts, würde ich sagen. So, ganz langsam. Schau mal durch. Scheint glatt zu laufen. Was haben wir da? Da oben ist wer? Die Teile nehmen wir uns mit. Na, beide bitte, Pavel. Nicht nur eins, sondern wir nehmen beides mit. Genau. Da kommen sogar die Treppen runter. Gut, das ist nur eine Rate. Dann räumen wir das weg. Wir brauchen die... Wie heißt das? Die Medikamente brauchen wir. Wir müssen irgendwo schauen, wo wir die Medikamente finden. Ich will den Marco nämlich nicht verlieren. Ja, Charaktere können auch sterben hier in diesem Spiel. Aber momentan habe ich noch genug, sagen wir mal so. Wir haben noch genug. Zwei Konserven müssen wir auch irgendwie besorgen. Vielleicht kommt noch einer, der tauschen. Weil das Problem ist für Konserven, da muss man schon eine Menge tauschen. Damit man das irgendwie erhaltet. Gegen irgendetwas, was wirklich hochwertig ist. Wie Waffen zum Beispiel. Ah, wir werden das schon irgendwie machen. Ich möchte es euch ja mal nur zeigen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht schaffe ich es ja bis zum 40. Tag. Schauen wir mal. Und drei Viertel haben wir schon geschafft. Komm, 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 gib Gas. Ich weiß gar nicht, ob da Menschen drinnen sind. Da ist schon wieder sowas. Wurscht. Wenn wir die Zeit haben, haben wir die Zeit. Wir machen das auf jeden Fall. Ich hätte jetzt auch natürlich anders gehen können. Aber was wir haben, das haben wir. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen langweilig ist. Aber ja, damit muss man halt rechnen, wenn man das Spiel spielt. Und wie gesagt, jede Karte habe ich nicht mehr im Kopf. Sonst hätte ich die Schaufel gleich mitgenommen. Sehr gut. Fast die Hälfte schon. Und er ist auch ein schneller Läufer. Also von dem Status her ist das gar nicht mal so schlecht. Und es kommt aber auch keiner. Es bewegt sich hier drinnen keiner. Das heißt, ich bin jetzt wirklich alleine momentan. Das finde ich auch sehr nett. Ich muss nur die Medikamente irgendwo finden. Und wenn es geht, zwei Konserven. Falls die hier drinnen natürlich sind. Und ich weiß nicht mehr, wann... Also ich kann jetzt nicht sagen, wann die Kinder wiederkommen. Das kann jetzt schon am nächsten Tag sein oder am übernächsten Tag oder am überübernächsten Tag. Aber sie werden wiederkommen und sie werden mich auf jeden Fall fragen. Und helfen möchte ich auf jeden Fall. Nämlich dann können wir nämlich auch etwas von der KI kriegen, wenn wir denen helfen. Da könnte dann sein, dass die Mutter dann kommt und sich bedankt. Ah, ich bin wegen dir wieder gesund und wegen dir habe ich auch was zum Essen. Hier nimm das. Und dann kriegen wir zum Beispiel ein Gewehr. Eine Waffe. Irgendwas. So, das muss ich leider Gottes jetzt einmal da lassen. So, von der anderen Seite ist es zu. Moment. Wir schauen einmal ganz kurz darunter. Da ist wirklich nichts. Da ist nichts. Was haben wir hier? Ja, nehmen wir mit. Ah, eine Säge. Okay. Aber ich glaube, Sägen habe ich, oder? Nein, habe ich nicht. Sägen habe ich auch noch nicht. Das kann ich nicht einmal fabrizieren momentan. So, das nehmen wir auch mit. Ah, da. Sie haben wieder mein Essen genommen. Okay, aber der tut mir nichts. Okay, die sitzen einfach nur da so mal dumm. Aber wir können da einfach zugreifen. Das ist nicht stehlen, was ich da jetzt mache. Okay, das passt. Es sind auch Ressourcen drinnen. Dietrich habe ich mit. Was sind denn das für komische Geräusche? Ist das das, was der da sagt? Ah, schaut mal da. Gibt es auch so eine Biografie. Tag 1. Diese alten Leute haben Familienangehörige, die sie unterstützen. Sie wollen ihnen stehlen. Sie können diese armen Kinder nicht hilflos vom Schicksal überlassen. Das wäre herzlos. Wenn wir überleben, können wir Marco dafür danken. Marco hat sie für uns getan. Wir sollten dankbar sein. Die Wunden von Marco sehen schlimm aus. Ich hoffe, dass wir Zeit haben, Phantagen zu finden. So, mach die Türen auf. Was haben wir da drin? Ja, Teile. So, das ist stehlen. Okay, das wollen wir nicht natürlich. Aber wo sind denn da jetzt Medikamente? Ich brauche Medikamente. Da ist was. Und das ist nicht gleich stehlen. Das ist gut. Wasser brauche ich nämlich. Ja, das würde ich auch brauchen. Aber momentan lassen wir das einmal. Da hinten. Da sind sicher Medikamente drinnen. So, wir gehen nochmal rauf. Was ist das für ein komisches Geräusch? Geh nochmal ganz rauf. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Was haben wir da links? Da, gut. Da brauchen wir auch eine Säge. Wo kriege ich denn die her? Ich glaube, bei der Autowerkstatt. Nein, du sollst nicht runter. Du sollst rauf gehen, Pavel. Bitte. So, das ist ja dazu. Was haben wir da drinnen? Ja, gut. Dann nehmen wir einfach da mit, was geht. Zweimal Holz. Nochmal zweimal Holz. Nehmen wir die vier mit. Und ich glaube, das passt jetzt einmal. Messer brauchen wir da anscheinend nicht. Was ist, wenn ich da weiter rauf gehe? Ich sollte zurückkehren. Okay. Dann lauf zurück. Du bist eh ein schneller Läufer. Und somit passt das. Also bis 5 Uhr in der Früh kann man da maximal weg sein. Aber wir wissen es jetzt da. Ich glaube, ich muss zur Autowerkstatt. Ich glaube, da kann ich Medikamenten gegen Sägen eintauschen. Ich sollte mir da ein paar Notizen, glaube ich, machen. Das wäre nicht schlecht. So, Tag 8. Schauen wir mal, wie es den Marco geht. So, Dinge, die sie gestohlen haben. Wasser, Zigaretten und viermal... Eieieiei. Naja, kann man nichts tun. So, wie geht's dir? Er holt sich. Okay, Moment. Schwer verletzt. Okay, du bleibst liegen. Ich schicke dir dann den Bruno rauf. Oder den Pavel, besser gesagt. Du, stellst dir mal Essen her. Okay. Machst nochmal Feuer, Holzfeuer. So, Pavel. Sehr hungrig, okay. Ah, ich gehe schon wieder falsch. Merkt ihr das? Das ist unglaublich. So, du bleibst mal da stehen, Pavel. Wartest, bis der Bruno Feuerholz und Essen fertig gemacht hat. Oh, wir könnten sogar miteinander reden. Seht ihr dieses Symbol da? Das könnte aber ziemlich lange dauern, sage ich gleich. Deswegen machen wir das jetzt noch nicht. So, geht schon. Fabrizier. Na, ich lege dich einmal hin und ich schicke da dann den Bruno rauf, damit er da was zum Essen gibt. Damit du dich einmal hinlegen kannst. Nämlich, du bist sehr müde. Dich brauche ich dann eh in der Nacht wieder. Der Bruno ist keine gute Wache. Leider Gottes. So, der Marco, der wird noch länger ausfallen. Und du bist auch sehr hungrig. Du bist sogar deprimiert. Deswegen sollte der Pavel mit dir reden. Okay. Könnte helfen, weiß ich allerdings nicht. Der ist halt deprimiert, dass es den Marco so schlecht geht. Aber momentan, momentan geht es noch. So, fertig. Kannst du mal was essen. Sehr gut. Ja, ja, ja. Und es ist schon wieder, wir an der Tür. Okay. Schauen wir gleich. Jetzt einmal er ihm da was zum Essen geben. Was bringt es schon? Naja, ja, ja. Die sind ziemlich deprimiert, ja. 15 Grad haben wir. Bis jetzt geht es noch. Ja, ja, ist auf. So. Du legst dich gleich wieder hin. Na so, ja, genau. Kann ich hier nicht bandagieren, den Marco? Okay, dann bleibst du mal so liegen. Gut, jetzt schauen wir mal, wer da an der Tür ist. Knock, knock, knock. Ah, die Kinder. Wir sind hungrig. Ja, kannst nicht was anderes nehmen? Nein, du sollst nicht die Tür aufmachen, du sollst mit ihnen reden. Ja, du willst unbedingt die scheiß Konserven draußen. Die kann ich dir aber leider nicht geben. Tut mir leid, ich muss dich wegschicken. Du kannst aber auch gerne bei mir bleiben. So, ich gehe schon wieder falsch. Na, Bruno. Genau. So, schauen wir mal, ob wir irgendwas da herstellen können. Oh, eine ganze Menge. Pop, pop, pop. Das wäre auch nicht schlecht. Aber zuerst mal das hier. So, wo, da steht da Rattenkäfig. Das heißt, wir stellen das da gleich daneben hin. Schauen, dass wir das alles in einen Raum halt reinkriegen. Ja, ja, ja. Es hat keinen Sinn mehr. Baut den Scheißdreck auf. Was? Wir haben gewonnen. Aber zu welchem Preis? Wir können nicht lange so weitermachen. Ja, der ist deprimiert drüber, weil die Leute ihn bestohlen haben. Ja, wenn ich da ein Messer da lasse, muss ich das auch verwenden. Dafür kann ich leider nichts. Den Filter können wir dann auch gleich reingeben. Wie gesagt, das ist dazu da, dass wir das Wasser einsammeln. Nein, nicht das. Das ist der Bruno. Ja, genau. Und da gehen wir jetzt den Filter rein. Scheiß drauf. Nichts Scheiß drauf. Baut den Plätzchen daheim. Keiner wird uns töten, Bruno. Alles ist cool. Dann schauen wir mal, ob wir wieder was herstellen können. Eine Waffe? Leider nicht. An Dietrich könnte man machen. Wir brauchen aber eine Säge. Okay. Ja, das war gut, dass ich das zuerst gebaut habe. Ich glaube, das passt alles. Dann tun wir gleich nochmal den Filter da bauen. Ja. Reg die nicht so auf drüber. So, wie lange haben wir noch? Ein bisschen noch. Okay. Das nächste Mal werden sie durchbrechen. Ja, ja, ja. Bla, 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 bla. So, jetzt stellen wir dich daher. Und der arme Marco, der so schwer verletzt ist, wird jetzt mit dir ein bisschen reden. Das hört man leider nicht. Man sieht oben eigentlich Sprechblasen. Jetzt setzen sie sich gleich hier. Genau. Du weißt, dass du da nicht alleine drinnen steckst, Bruno. Ja, es ist nur. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Ja, mit der Einstellung wirst du das eh nicht schaffen. Wenn wir es schaffen sollen, müssen wir uns gegenseitig helfen. Nicht wahr? Ja. Er findet eigentlich die richtigen Worte. Ja. Ja. Das bedeutet, dass wir dich brauchen, Bruno. Ja, das stimmt. Wir brauchen dich. Nämlich zu zweit ist das Spiel ein bisschen zart. Es tut mir leid. Du hast recht. Na, es hat sich sogar was gebracht. Nicht schlecht. Ich werde versuchen, mich zusammenzunehmen. Zusammenzunehmen. Ja, dann schau mal, dass es dir wieder besser geht. So. Die reden da jetzt weiter. Das wird ein bisschen länger dauern halt. Aber ich verwende halt jetzt die Zeit, die wir noch halt mir bleibt. Das Problem ist, dass der Bruno jetzt da nichts geschlafen hat. Und der wird jetzt wahrscheinlich sehr müde sein, oder? Ja, der ist nur müde. Das ist gar nicht mehr schlecht. Du stehst wache. Genau. Du gehst plündern. Und du schlafst im Bett und schaust, dass du dich wieder auskurierst. So, wie man sieht, da ist jetzt da ganz, ganz viel dazugekommen. Wir könnten jetzt eigentlich auch mit dem Marco plündern gehen. Und zwar ins Krankenhaus. Das wäre nicht so schlecht. Allerdings möchte ich das jetzt nicht. 93 Prozent. Vorsicht ist geboten. Im kleinen Wohnhaus. Ja gut, dann gehen wir mit dem Pavel da rein. Nehmen wir zwei Dietricher mit. Und ein Messer. Schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall jetzt einmal das Letzte sein, was wir in dem Part machen. Wir schauen uns das kleine Wohnhaus noch an. Achso, ich wollte ja zur Autowerkstatt. Na, ist ja wurscht. Ja, dafür bräuchte ich jetzt wieder eine Schaufel. Das wird länger dauern. So, gehen wir mal da rauf. Da haben wir mal was. Oh, und eine Konserve. Sehr gut. Das nennt man Glück. Okay, ob die jetzt da natürlich böse sind oder nicht, das weiß ich nicht. Der Typ steht auf jeden Fall unten und der sitzt da oben. Verdammtes Ungeziefer. Der steht jetzt da momentan draußen. Ja, okay, gut. Ich verschwinde. Genau, bleib fern. Okay, 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 okay. Versuch das nicht nochmal. Meine Beine sind taub. Meine Beine sind taub. So, wir warten ganz kurz. Sehr gut, mach mal. Wir tun aber die Zeit dafür nutzen, dass wir das wenigstens da wegbringen irgendwie. Ich hoffe, der Typ kommt nicht mehr. Er wird auch nicht mehr angezeigt in unseren Radius. Dass wir dann da unten vielleicht durchgehen können, dass wir die alle da bestellen können. Es wird jetzt auf jeden Fall länger dauern. Nämlich, da sind jetzt wieder zwei so welche Hügel, wie ihr seht. Wir versuchen auf jeden Fall, so viel wie möglich mitzunehmen. Die Konserve hat uns schon einmal viel Glück gebracht. Muss ich sagen. Na komm, komm, komm. Eine Schaufel habe ich glaube ich gar nicht. Und gegen den Typen da anzutreten, möchte ich auch nicht. Nicht, dass ich jetzt einmal ein Messer da ziehe. Nämlich, ihr habt es ja gesehen, da oben ist er noch mehr gesessen. Ich weiß jetzt nicht, ob der stark ist und ob das der Pavel macht, dass der gegen ihn dann fix losgeht. Auf dem iPad war das so, dass ich halt einfach nur mit dem Finger drauf gedrückt habe, damit er halt so viele Attacken macht wie möglich. Da ist es komplett anders. Aber ja, gut, passt schon. So, da können wir auch reinschauen. Da brauchen wir auch nichts, das ist gut. Ja, auf jeden Fall alles mitnehmen einmal. So, und die Zeit wieder nutzen. Das geht sich noch aus, dass wir noch in den nächsten Raum auf jeden Fall kommen. Ja, 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 das dauert viel zu lange ohne Schaufel. Macht er nicht ins Hemd, Babel. Alles ist cool. Kommt bei dem Besten vor. Ich hätte auch lieber gern den Marco dabei und hätte drei weitere Taschen mehr übrig, damit ich mehr tragen kann, Babel. Du bist nämlich sicherlich besser in der Verteidigung. So, aufgepasst, da kommt er. Da draußen steht er. Also, den roten Punkt, da steht er jetzt gerade. Und wenn ich da jetzt weitermache, könnte das sein, dass er jetzt wieder auszuckt und dann könnte es sein, dass er gegen mich sogar randaliert. Na, die Druckwelle ist nicht so weit. Das ist gut. Das sieht man eh so, diese Druckwelle, die halt von mir weggeht. Hoffentlich muss ich dieses Buch nicht verbrennen. Ah, er hat was anderes vor. Sehr gut. Er hört mich nicht. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt schleicht er sich wieder. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ein bisschen noch, dann sind wir wieder fertig. Und wir haben 27 Minuten fast auf der Uhr. Hey, Leiband. So. Welcome to hell. Da hinten steht's. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Okay. Nein, du bist tot. Dein letzter Feier. Renn, 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 renn. Na, haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, wie gesagt, das mit dem L3-Stick von der PlayStation 3 ist ein bisschen schwierig, die Leute da zu lenken. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon bei Tag 9. Das ist auch gut. Marco ist sogar wach. Leiband. So, Marco blutet. Es sieht aus, als würde er es nicht überleben. Und er steht draußen. Ich kann Marco gar nicht bewegen. Aber ich kann ihn bewegen. So. Erstens mal kriegst du von mir die Konserve, die ich gefunden hab. Die ist sättigend. So, ich hoffe, es hat geschmeckt. Ich hätte nichts gegen eine weitere Portion. Ja, Marco. Tun wir nicht übertreiben jetzt da. So, Bruno. Du tust ihn noch bandagieren. Und wieso gehst du nicht ins Bett? What the fuck? Wieso stehst du da draußen? So, was haben wir da? Was ist denn das? Ach so, du kannst ihn Alkohol geben. Damit er seine Sorgen wahrscheinlich vergisst. So, wir reden noch mit ihm natürlich. Mit dem Pavel werden wir dann da aufräumen. Schauen wir mal, ob wir da noch was Neues bauen können. So, bitte, Marco. Es ist schwer, weiterzumachen. Aber, also, gib nicht auf. Es ist hoffnungslos, aber ich werde tun, was ich kann. Na? Ich weiß, ich weiß. Okay, gut. Kommt noch was? Doch, wir müssen weitermachen. Ja, es ist eigentlich immer wieder der gleiche Text. Jetzt hören sie auf, aber sie reden halt weiterhin miteinander. So, du bist nur müde. Das ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Das ist auch gut, dass du gerade kommst. Gehen wir gleich mal zu dir. Ja, mach die Tür auf, Pavel. Nicht schüchtern, treten Sie näher. So. Nein, 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 nein. Moment, was brauche ich denn? Essen brauche ich eigentlich. Bandagen werden auch nicht schlecht. Die Bandage brauche ich. Medikamente, glaube ich, brauche ich auch, oder? Also, ich brauche eigentlich ziemlich viel. So, du kannst... ...alle neun Stück haben. Ah, Messer möchte ich da nicht geben. Filter möchte ich da auch nicht geben. Das kannst du haben. Okay, du willst natürlich mehr. Dann kannst du neun so welche Teile haben. Okay, du willst trotzdem mehr. Zucker. Okay, du willst trotzdem mehr. Moment. Gehen wir das mal weg. Ich brauche das Essen. Ich brauche die Medikamente. Und ich brauche die Bandagen. ... ... ... Zigaretten. Nein. Ja, auch nicht. Ein Teddy. Ja, ein Teddy. Sehr gut. Und... Tschüss mit euch. Mach's gut. So, wieder falsch gegangen. Nichts Neues. So, die zwei... Nein, Babel. Die zwei reden noch immer noch. Nein, Babel. Du sollst nicht aufgehen. Genau. So, umi mit dir. Schau mal, kann man was bauen? Nein, leider nicht. Ah, schaut jetzt nicht mehr so gut aus wie am Anfang. Auf jeden Fall haben wir da jetzt Wasser. Ah, jetzt beginnst du auch schon so depper zu reden, hm? Hat keinen Sinn. Ich werde mich umbringen und hin und her. Beginnst dich zu ritzen wie ein Emo. Jo, passt schon. Das kann Schwanz in der Hosen, oder was? Nein, du sollst weiter... ...bauen da. Hast du es ja gleich geschafft. Sehr gut. So. Schau, leckerate gibt's auch noch. Papa, papa, papa. Jo. Sehr gut. Können wir da auch noch was bauen? Ein Messer können wir noch bauen. Sehr gut. So, kann ich den Mako jetzt schon steuern? Jo, sehr gut. So, du bist hungrig. Tödlich verletzt. Hast aber eine Bandage. Deprimiert und müde. Okay. Das heißt, wir legen dich mal schlafen, würde ich sagen. Wir haben schon 32 Minuten. Oh mein Gott. Ich werde mal den Part hier beenden und wir machen im nächsten Part weiter da. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, papa. Euer Herzfehler. Tschüss. Tschüss.